Vielen Dank für die Nominierung zur Challenge zugunsten von Politien e.V. Da werde ich nachher auch noch was spenden. Es ist heute Sonntag, der 6. September, 6 Uhr früh. Und ich bin bekannt als schnellster Feger zwischen Harz und Heide und stelle mich natürlich der Herausforderung. Und ich habe natürlich hier meinen Zylinder in der Zylinderbox. Und den stelle ich jetzt hier hin. Oh, sind sogar zwei drin. Die packe ich jetzt hier hin. Und zur Sicherheit, man weiß ja nie, packe ich mal noch einen zweiten hier hin. Die Chance, das größer zu treffen. Entfernung ungefähr, kann man sagen, 8-9 Meter. Vom Handy her täuscht das natürlich etwas. Aber das muss man schon sehen. Und dann werde ich mal versuchen. 8-9 Meter, das ist eine Herausforderung, muss ich sagen. Naja, aber drin war er, wenn es die Hecke nicht gewesen wäre. Und wie gesagt, ich habe zwar getroffen, man kann darüber diskutieren. Und ich spende natürlich auch zugunsten von Politien e.V. Und schlage vor, hätte ich jetzt fast vergessen, an der Stelle in Stein zu nehmen, Jörn Schulz, auch Schornsteinfeger, 10, 15 Jahre, wahrscheinlich nicht mehr unterwegs. Jens Reck, Schornsteinfeger, und meine Mitarbeiterin Julia Fritsch. Dankeschön.